Wir beide kämpfen jetzt eine Runde in der Arena. Was? Arena? Sag mal, wollen wir nicht lieber einen rauchen? Du hast schon genug geraucht. Hey, bleib ruhig, Vater der Hektik. Los jetzt, beweg deinen Arsch. Mann, du warst noch nie richtig breit, was? Vater der Abstinenz. Wenn du nicht in die Arena willst, prügeln wir uns halt hier. Ist ja schon gut. Ich komme ja mit. Immer dieser Stress. Zeig mir, was du kannst. Schnapper! Kipsi! Da, da, da! Ja, schon! Kipsi! Da! Oh! Ja! 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 Das hast du fertig gemacht! Du hast doch nichts dagegen! Will ich mir dein Gold? Diese Waffe nehme ich besser mit. Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern. Ich will den letzten Kampf wiederholen. Das dachte ich mir. Geh in die Arena! Zeig mir, was du kannst! Ja! 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 Da! 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 Du bist draußen! Der Kampf ist vorbei! Ich will den letzten Kampf wiederholen! Das dachte ich mir! Geh nicht! In die Arena! Zeig mir, was du kannst! Da! Da! Na! Ja! Ya! Da! Das ist Essen! Ah! 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 Gold! Das ist für mich! Das ist auch da! Ja! Ja! Bei den nächsten Mal! Sprechst du, Jack? Zeig mir was du kannst Die Psy Die Psy Die Psy Das hat gesagt Da ist nichts zu holen. So, du hast also Mammuk aufs Maul gehauen. Warte mal, hast du eigentlich für den Kampf bezahlt? Ähm, naja, nein. Ach, verdammt. Ich vergesse das immer wieder. Kein Wunder, dass sie mich in dieses Kaff gesteckt haben. Das passiert mir nicht nochmal. Nein. Ich will gegen Grubutz kämpfen. He, dieser Ort ist unser Grast. Ich habe eine Menge bezahlt, damit er hier bleibt. Also, falls du ihn tatsächlich besiegst, wird mich das noch mehr kosten. Und das bezahlst du. Heißt das etwa, ich kann ja nichts gewinnen? Nein. Natürlich kannst du was gewinnen. Du bekommst ein ganzes Paket voller gutem Sumpfkraut. Ich will gegen Grubutz antreten. Gut. Aber du wirst es mit ihm selber ausmachen. Und denk daran, ich brauche den Kerl noch. Ich will gegen Grubutz antreten. Lass uns in der Arena kämpfen. Willst du das wirklich, Mora? Ich habe dafür bezahlt. Du bezahlst, damit ich dich verhaue? So viel Dummheit muss bestraft werden. Lass uns kämpfen. Lass uns in der Arena kämpfen. Ah Das war's für heute. Mann, mir brummt der Schädel. Bist du jetzt zufrieden? War doch ein guter Kampf. Ja, zumindest für einen von uns. Ich hau mich erst mal hin. Nächstes Mal bist du dran, Morra. Oh, Morra, du bist ein guter Kämpfer. Wie sagen die Assassinen? Du bist ein Sohn des Kampfes, Morra. Ich habe gegen Grubutz gewonnen. Ah ja, richtig. Da, nimm das Sumpfkrautpaket. Es ist wertvoller, als du vielleicht denkst. Das ist ein Schild. Das war's für heute.